Weltslager sind Lager, bei denen zwischen einem sogenannten Innenring und einem Außenring im Gegensatz zu der Schmierung in Gleitlagern rollende Körper den Reibungswiderstand verringern. Sie dienen als Fixierung von Achsen und Wellen, wobei sie, je nach Bauform, radiale und oder axiale Kräfte aufnehmen und gleichzeitig die Rotation der Welle oder der so auf einer Achse gelagerten Bauteile ermöglichen. Zwischen den drei Hauptkomponenten Innenring, Außenring und den Weltskörpern tritt hauptsächlich Rollreibung auf. Da die Weltskörper im Innen- und Außenring auf gehärteten Stahlflächen mit optimierter Schmierung abholen, ist die Rollreibung dieser Lager relativ gering. Geschichte des Weltslagers Die Geschichte des Weltslagers reicht über 2700 Jahre zurück. Bei Ausgrabungen eines keltischen Streitwagens wurden kleine zylinderförmige Buchenholzstücke in der Nähe der Radnaben der Fahrzeuge entdeckt. Forscher schließen daraus, dass die Kelten bereits gegen 700 vor Christus das Zylinderrollenlager kannten. Auch im Römischen Reich wurden gegen Ende der Republik Kugellager in Hebezeugen verwendet. Bei der Bergung der Nemi-Schiffe des Kaisers Caligula wurde ein Drucklager gefunden, das möglicherweise zu einer drehbaren Statuenbasis gehörte. Im Zuge der Industrialisierung entstand der Bedarf nach einer Lagerung, die sich bei niedriger Drehzahl besser verhielt als Gleitlager. Das Gleitlager verschleißt bei niedriger Drehzahl und oder bei unzureichender Schmierung sehr schnell. In alten Dampflokomotiven etwa wurden diese Radlager häufig ersetzt. 1759 erfindet der Uhrmacher John Harrison für sein drittes Marinechronometer H3 ein Rollenlager mit Käfig. 1794 erhielt der Engländer Philipp Waffern das erste Patent für Achsen. Hier kann man die ersten Rillenkugellager finden. 1869 erhielt der Franzose Julius Suri Raya ein Patent für Kugellager am Fahrrad. 1883 baute Friedrich Fischer in Schweinfurt die erste Kugelschleifmaschine. Fischer und Wilhelm Höpflinger entwickelten die Kugelschleifmaschine entscheidend weiter. Nun können Kugeln mit sehr geringer Abweichung von der Idealform produziert werden. 1890 bis 1910 Kugellager Patente von Friedrich Fischer, Wilhelm Höpflinger, Ernst Sachs, August Riebe. 1898 meldete Henry Timken in den USA ein Patent für das Kegelrollenlager an. Heute Timken Company. 1898 bis 1901 die Grundlagen der Weltskörpertechnik wurden von der Technischen Versuchsanstalt Potsdam-Neubar-Belsberg unter der Leitung von Richard Striebeck erstmals wissenschaftlich untersucht. 1907 Sven Gustav Wingquist erfand das Pendel-Kugellager und gründete in Göteborg die Firma Svenska Kullagerfabriken SKF. 1934 Erich Franke erfand das Drahtwälzlager nach dem Prinzip der eingelegten Laufdrehte. Punkt. Im Laufe der Zeit kamen zahlreiche weitere Varianten hinzu. Insbesondere entwickelten sich die Fertigungsgenauigkeit und die Schmierstoffentwicklung weiter. Zahlreiche Normen legten auch gängige Standardabmessungen fest und vereinfachten so Konstruktion und Fertigung. Heute werden Lager mit integrierten Sensoren wie elektronischer Kraft und Verschleißermittlung angeboten. Geschichte der deutschen Weltslagerindustrie 1883 baute Friedrich Fischer in Schweinfurt die erste Kugelschleifmaschine und legte damit den Grundstein für die industrielle Fertigung von runden Stahlkugeln hinreichender Genauigkeit. Sein Mitarbeiter Wilhelm Höpflinger entwickelte diese entscheidend weiter. Höpflinger machte sich 1890 selbstständig und gründete gemeinsam mit Engelbert Fries das Unternehmen Fries und M. Höpflinger. Die drei Unternehmen Fek, Kugelfischer, Fries und M. Höpflinger und Fichtel und M. Sachs begründeten die Stellung Schweinfurz als Zentrum der deutschen Weltslagerindustrie. Um 1910 weitere deutsche Weltslagerproduzenten waren die deutsche Waffen- und Munitionsfabriken AG Berlin-Karlsruhe, die Maschinenfabrik Rheinland, Die Riebewerke, die deutsche Kugellagerfabrik Fritz Heumann, G.U. J. J. Gieger. 1912 SKF beteiligte sich an der von Albert Hirt gegründeten Norma-Kompanie in Stuttgart-Kannstadt. 1929 unter dem Druck von SKF schlossen sich sechs deutsche Weltslagerproduzenten, Fries und M. Höpflinger, Maschinenfabrik Rheinland. Riebewerke und SKF Norma unter schwedischer Führung zu den Vereinigten Kugellagerfabriken AG zusammen. Als einziger deutscher Weltslagerhersteller von Rang blieb Fek, Kugelfischer selbstständig. Die beiden Schweinfurter Firmen VKF und Fek, Kugelfischer waren für die nächsten Jahrzehnte die dominierenden deutschen Weltslagerhersteller. 1933 Kugelfischer übernimmt G.U. J. J. Gieger G.M. B.H. Wuppertal-Elberfeld. 1943 bis 1945 im Zweiten Weltkrieg fügten 15 größere Luftangriffe der Briten und US-Amerikaner der Stadt Schweinfurt und deren Produktionsstätten der Weltslagerindustrie schwere Schäden zu. 1946 Georg und Wilhelm Schäffler gründeten in Herzogenaurach die Firma Innernadellager. 1949 gründeten Erich Franke und Gerhard Heidrich die Firma Franke und M. Heidrich K.G. Inzwischen Franke GmbH in ein. Erich Franke erfand ein 1934-DK-Sekunden-Drahtwälzlager nach dem Prinzip der eingelegten Laufdrehte. 1953 Umbenennung der Vereinigten Kugellagerfabriken AG in SKF Deutschland GmbH mit Sitz in Schweinfurt. 1991 FEC Kugelfischer übernahm von der Treuhand den DDR-Weltslagerproduzenten DKF in Leipzig. Dieses Engagement erwies sich als wirtschaftlich nicht tragfähig. FEC geriet dadurch 1993 in eine existenziell gefährliche Schieflage. 2001 Ina erwarb im Rahmen einer feindlichen Übernahme FEC Kugelfischer, Welskörper und Welskörperkäfig. Die umgangssprachlich bekannten Kugellager sind eine Untergruppe der Welslager, bei denen Kugeln als Welskörper dienen. Bei modernen Welslagern werden die Welskörper durch einen Käfig in gleichem Abstand gehalten. Ältere Welslagertypen und Sonderausführungen kommen ohne Käfig aus. Vor allem Welslager in Steuerungssystemen von Flugzeugen haben keinen Käfig. Dadurch können mehr Welskörper pro Lager eingesetzt werden, was die Belastbarkeit deutlich erhöht. Jedoch eignen sie sich nur bedingt für höhere Drehzahlen. Käfigwerkstoff war früher wegen der erhöhten Laufruhe Messing. Heute wird der Käfig aus Kosten- und Gewichtsgründen oft aus Kunststoff gefertigt. Bei vielen Welslagertypen wird ein Käfig aus niederlegiertem, ungehärtetem Stahl verwendet. Messenkäfige gibt es weiterhin, insbesondere für größere Lager. Bei denen sich die Werkzeugkosten für Kunststoff- oder Stahlblechkäfig nicht lohnen, Zusammenbau eines Kugellagers. Ein einfaches Radialrillen-Kugellager wird wie folgt zusammengesetzt. Anschließend werden die Kugellager gefettet oder geölt und gegebenenfalls mit Deck- oder Dichtscheiben versehen. Lagerwerkstoffe Üblicherweise werden Welslager aus Chromstahl gefertigt, sehr hart, aber leicht rostend, in der Stahlsorte 100CR6. Ein Stahl mit einem Gehalt von ca. Prozent Kohlenstoff und 1,5 Prozent Chrom. Weitere Stähle sind zum Beispiel 100CRM NSC6-4 und 100CRMO7. Die Legierungselemente Mangan und Molybden dienen der besseren Durchherdbarkeit. Für Anwendungen in korrosiver Umgebung werden auch die hochlegierten Stähle X65CR13 und X30CRMON15-1 verwendet. Letzterer kann, zumindest für einige Tage, auch im menschlichen Organismus zum Einsatz kommen. Herdbare Stähle sind nie vollkommen rostfrei, sondern nur für einen gewissen Zeitraum erhöht korrosionsbeständig. Für besondere Betriebsbedingungen gibt es folgende Welslager in folgenden Ausführungen aus rostfreiem Stahl. Hybridlager, bei denen die Lagerringe aus Stahl, die Welskörper aus Keramik bestehen, zum Beispiel bei Spindellagern für Werkzeugmaschinen. Keramiklager, bei denen sowohl die Lagerringe als auch die Welslager aus Siliziumnitrit, Zirkuniumoxid oder Siliziumcarbid bestehen. Kunststofflager mit Welskörpern aus Glas oder Keramik gegen aggressive Säuren oder Laugen in Chemie- und Lebensmittelindustrie. Lager mit Kunststoffkäfig für geräuschahmen Lauf. Lager mit einer stromisolierenden Beschichtung des Außen- bzw. Innenringes, um einen ungewollten Stromdurchgang durch das Lager und damit die Entstehung von Schäden durch Elektroherosion zu verhindern. Zum Beispiel bei Einsatz von Frequenzumrichtern zur Drehzahlregelung von Drehstrommotoren Einbau von Welslagern. Üblicherweise werden Welslager auf Wellen oder Achsen montiert. Bei Sonderbauformen können die geschliffenen bzw. gerollten und gehärteten Laufflächen direkt auf die Welle bzw. Achse und oder in das Lagergehäuse eingeprisst und das Welslager somit in diese Komponenten integriert werden. Diese Variante wird hauptsächlich aus Platzgründen gewählt. Daher sind vor allem Nadelrollen für diese Aufgabe prädestiniert. Die Lager werden oft mit einem Sicherungsring, einer Sicherungsmutter oder einer Abstandshülse gegen Verrutschen gesichert. Zum Schutz vor Verschmutzungen werden Lager in ein Lagergehäuse eingebaut oder mit einem Wellenlichtring abgedeckt. Beim Einbau der Lager darf die Einpresskraft nie über den Weltskörpersatz geleitet werden. Das Lager würde dadurch sofort beschädigt. Mit Spezialwerkzeugen wie einer Einschlaghülse wird das Lager zum Beispiel nur über den Außenring eingetrieben. Nadellager müssen mit einem Dorn eingeprisst werden. Bei großen Lagern sind auch die Einpresskräfte größer, weshalb sie vor der Montage in einem Ölbad oder durch ein elektrisches Heizgerät auf 80-100 Grad Celsius erwärmt werden. Die Ringe dehnen sich minimal aus und lassen sich so leichter auf die Welle oder Achse drücken. Beim Ausbau der Lager ist darauf zu achten, das passende Werkzeug zu verwenden, zum Beispiel einen Abzieher. Defekte Lager erkennt man durch Schwergängigkeit beim langsamen Durchdrehen per Hand. Fühlbares Lagerspiel sowie Laufgeräusche und Vibration unter Betriebsdrehzahl ungeschmierte Lager fallen sofort aus. Mehr dazu unter Einbau. Lebensdauer von Weltslagern Die Lagerlebensdauer hängt von zahlreichen Faktoren ab. Einige Einflussgrößen sind mess- oder berechenbar. Andere können nicht numerisch bestimmt werden. Einfache Berechnungstools gibt es auf den Seiten der Hersteller. Die von Weltslagern geforderten Lebensdauern reichen von wenigen hundert Stunden zum Beispiel für Haushaltsgeräte oder medizinisch-technische Geräte bis zu ca. 100.000 Stunden für Lauflager von Hochseeschiffen, Grubenpumpen und Gebläse- und Papiermaschinen. In Umdrehungen ausgedrückt können Lager je nach Belastung drei Milliarden Umdrehungen und mehr überstehen. Eskaf gibt zum Beispiel für einige Lager eine Lebensdauer von zwei Milliarden Umdrehungen an, was jedoch oft weit überschritten wird. Ob ein Lager seine Lebensdauer erreicht, hängt stark von den Einsatzbedingungen ab. Hohe Lagerbelastungen sollten ebenso möglichst vermieden werden wie schmutzige Einsatzbedingungen. Hohe Betriebstemperaturen oder Eindringen von Wasser ins Lager. Speziell um das Eindringen von Schmutz und Wasser zu erschweren, gibt es viele Lager auch in gekapselter Ausführung. Mehr dazu unter Lagerauswahl. Anwendungen Weltslager werden bevorzugt in Anwendungsgebieten verwendet. Wo Lagerungen bei kleinen Drehzahlen und hohen Lasten reibungsarm arbeiten sollen und wo sich Drehzahlen häufig ändern, Einbau. Befestigung Je nachdem, ob es sich bei der Lagerung um ein Festlager oder ein Losslager handelt, werden Außenring und oder Innenring mit dem Gehäuse bzw. mit der Welle fest verbunden. Die einfachste Art ist, beide Ringe ein- bzw. aufzupressen. Dazu müssen Welle und Gehäuse eine bestimmte Maßtoleranz aufweisen. Grundsätzlich kann man davon ausgehen, dass der rotierende Ring in einem Festsitz und der stehende Ring in einem Losssitz ausgeführt wird. Wirkenstöße auf das Lager, werden beide Ringe in Festsitzen ausgeführt. Es muss ein Kompromiss zwischen leichter Montierbarkeit und Verhindern des Mitdrehens des Ringes gefunden werden. Auf einer Welle kann der Innenring auch zwischen einem Anlaufbund und einer Spannschraube oder einer Mutter eingespannt sein oder mit einer Spannhülse gepresst werden. Beim Verfahren des Aufschrumpfens wird das Lager auf hohe Temperatur gebracht. Durch das Erhitzen dehnt sich das gesamte Lager aus. Das erhitzte Lager wird nun zügig über die kalte Welle geschoben. Wenn das Lager abkühlt, zieht es sich wieder zusammen und sitzt extrem fest auf der Welle. Bei der Erwärmung müssen die Temperaturgrenzen beachtet werden. Im Gehäuse wird meist der Außenring mit dem Deckel gegen einen Anlaufbund gepresst oder mit einem Sicherungsring gehalten. Bei Loslagern gewährt man dem Außenring ein gewisses Längsspiel, der Ring muss aber so eingepresst sein, dass er sich nicht mitdreht. Sonderfälle Bei Präzisionslagerungen haben sich auch Klebeverbindungen bewährt. Dabei werden anaerobe Klebstoffe mit Klebespalten von 0,0004 bis 0,001 x Durchmesser der Welle bzw. der Gehäusebohrung verwendet. Die Temperaturgrenzen liegen zwischen ca. minus 20 Grad Celsius und plus 1,00 Grad Celsius. Eine anwendungsgerechte Klebstoffdosierung ist wichtig. Überdosierter Klebstoff kann in die Lager gelangen und diese festsetzen. Lagerungskonzepte Die Anordnung der Lager wird unterschieden in Festloslagerung und Tragstützlagerung. Die Tragstützlagerung wird wiederum in schwimmende Lagerung und angestellte Lagerung unterschieden. Es ist unbedingt notwendig, dass eine der genannten Lageranordnungen gewählt wird. Da sich das zu lagernde Element aufgrund von Erwärmung ausdehnt und diese Ausdehnung gewährt werden muss, ohne dass sich die Lager verspannen. Des Weiteren müssen die bei der Fertigung entstehenden Toleranzen ausgeglichen werden. Festloslagerung Bei der klassischen Festloslagerung ist eines der Lager verschiebbar und das andere fixiert. Das Festlager ist so auf dem zu lagernden Element montiert, dass es sich nicht in axialer Richtung verschieben kann. Das Festlager nimmt also sowohl radial als auch Axialkräfte auf. Wie groß die maximal aufnehmbare Axialkraft sein kann, hängt von der Ausführung dieses Lagers ab. Das Loslager kann im Gegensatz zum Festlager in axialer Richtung wandern. Vom Loslager werden keine Axialkräfte aufgenommen. Tragstützlagerung Bei dieser Art der Lagerung teilt sich die Axialkraft auf beide Lager auf. Jedes der beiden Lager nimmt axiale Kraft in einer Richtung auf, so dass beide Lager zusammen alle axialen Kräfte auffangen können. Es ist ein Axialspiel erforderlich. Lagereinheiten Lagereinheiten bilden eine besonders einfache Möglichkeit für die Lagerung von Villen. Sie werden hauptsächlich im Sondermaschinenbau und in landwirtschaftlichen Maschinen eingesetzt. Sie bestehen aus einem radialrillen Kugellager mit balligem Außenring und einem Lagergehäuse. In dem Gehäuse kann das Lager um einige Winkel gerade verstellt werden, um Fluchtungsfehler auszugleichen. Die Lagergehäuse werden je nach Einsatzzweck aus Grauguss, Leichtmetallguss, Kunststoff oder Stahlblech gefertigt und können sehr einfach am Maschinenträger befestigt werden. Gängige Gehäuseformen sind UCP und UCPE ist gleich Stehlager. UCF und UCFE ist gleich quadratische Flanschlager, vier Befestigungslöcher. UCFL und UCFLE ist gleich Flanschlager, zwei Befestigungslöcher. UCT ist gleich Spannlager. Punkt. Darüber hinaus sind weitere Bauformen verfügbar, wie zum Beispiel spannbare Flanschlager. Die Befestigung der Welle erfolgt entweder mit Gewindestiften in einem einseitig verlängerten Innenring oder mit Hilfe eines Klemmrings. Hierzu haben der Innenring der Lagereinheit und der Klemmring jeweils eine exzentrisch kegelige Eindrehung. Andere Bauformen Weltslagerung kann auch anders als durch das tauschbare Bauteil Weltslager erfolgen. Der einfachere Großteil von Fahrrädern weist seit mehr als 100 Jahren Konuslager an Rädern, Drehtaxe, Pedallen und Steuerung auf, die meist auch justiert und nachgefettet werden müssen. Die Konusse werden auf das Feingewinde der Radaxen geschraubt und drücken mit ihrer kegeligen Rille die Kugeln in die Rille der fix in die Narben eingepressten Lagerschalen. Die Konusse werden je nach Bauart und Verschleißzustand mit wenig oder ohne Lagerspiel durch Kontermuttern fixiert. Pedalaxen verjüngeln sich nach außen und haben an der dickeren Seite eine konisch liegende Lagerrille eingewalzt. Der äußere kleine Konus von Glasfaser-Kunststoffpedalen kann zwar aufgeschraubt und doch mit der Achse vernietet sein. Die meisten Steuer- und Trettlager werden durch Schrauben einer der Lagerschalen eingestellt, es gibt jedoch auch die inverse Konstruktion. Um die ehemals schweren Computermonitore, eine Tortenplatte und anderes drehbar zu machen, wurden Drehscheiben mit Kugelführung zwischen zwei dünnen Blechringen mit 20 bis 30 cm Durchmesser entwickelt. Lineallager mit je zwei Kugelreihen führen auch Teleskopieren viele Schubladen. Diese Bauteile sind im Lager weder justier noch trennbar.